Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Widget. Heute wieder mit der Rochi, der Sandra, der Bibi und dem Seri wollen wir uns wieder verstecken. Wir sind wieder im Mobification-Modus und diesmal mit Random Maps. Beim letzten Mal hat das Ganze nicht so richtig funktioniert. Och nu! Und ich darf mich wieder verstecken. Oh, will aber nicht. Irgendwie... Das ist aber gemein. Wo seid ihr alle? Hallo? Hallo? Wie sammle ich denn die Eier ein? Ja, ich habe mich jetzt in eins verwandelt. Ich glaube, das ist nicht gut, ne? Ich wollte... Ja, ich auch. Ist die Frage, können das die Hexen überhaupt? Abschießen. Also ich kann sie abschießen. Kannst du dann sammeln? Schieß mal bitte keine Eier ab. Wir sind nämlich alle Eier. Warte mal. No? Magic, nee, das ist was anderes. Nee, kann ich nicht. So, kann ich die denn einsammeln? Nee, kann ich nicht. Ich kann die nicht... Nee, doch nicht. Ich dachte, da könnte ich die einsammeln, aber das war doch nicht. So. Ja, meier. Ubiis, wo seid ihr denn hier? Da waren schliegende Sein. Nicht da. Ui! Ui! Doch fliegt was. Ich bin sehr groß. So, ein Tipp. Bist du mein Klo? Ich bin kein Klo. Boah, hier das Klo. Boah, hier das Klo. Gibt es überhaupt Klo aus? Ja. Muss dann mal aufs Örtchen, ne? So, was machen wir jetzt? Aber da ich so groß bin... Warten, dass die Bibi kommt. Bibi! Bibi! Ich zieh' dich. Schön, ich nicht. Du siehst dich nicht? Was ist so groß? Boobies! Gib doch mal ein Pippen. Komm doch zu mir. Nee, nicht umdrehen. 180 Grad drehen. Hä? Ist belastend. Ich sehe sie nicht mal. Ja doch, die schießt auf Fässer und keine Ahnung was rum. Sorry, hab ich eine bessere Aussicht. Bibi! Ich muss aber auch, hab ich so anders hängen. Ich bin echt sehr groß. Das ist schlecht. Ich kann mich nicht bewegen damit. Nicht so lange aufhören. Kalt, Bibi, kalt. Da wackelt eine Laterne. Oh, wackelt's. Im Gebälk. Ja, doof. Oh, ich höre sie. Ich sehe sie. Bibi, jetzt komm doch mal her. Ja, Bubi. Zeig dich mal. Ja, ich zeig mich. Wer hilft denn da? Wo fliegst du? Ich denke, ihr müsst ja gerade gehüpfen. Glaub ich. Ach so. Entschuldigung. Da ist gerade keiner gehüpfen. Bibi, jetzt komm doch mal her, bitte. Ich kann doch nicht wissen, wo du bist. Zeig mir mal, wo du bist. Wo du hast gelangt. Ich bin, ich bin, ich bin an einem ganz großen Platz da. Am Anfang. Ich hab schon, ich hab schon einen Lammfinger. Da, wo du vorhin das Ei beschossen hast. Ei, 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 ei. Da bin ich. Und da ist auch noch ein Kollege von mir. Olegialos. Okay, der rollt weg. Da rollen die Kollegen. Das ist wie mit, wenn du mich mit in den Tod reißt. Ich hab hier alles im Blick durch. Aber Bibi, du hast vergessen, wo der große Platz ist, glaube ich. Hallo? Ja, doch, da war gerade jemand, aber. Ich bin hier hoch konzentriert, falls man das mitkriegt. No. Ja, tu mir deinen Saugapparat dann mal wegtun. Das geht hier gar nicht. Dass ihr mir hier immer welche Kisten vor die Nasen schmeißt hier. Also Bibi. Ich bin gerade auch durch die Gegend gerollt. Ich hab mich tatsächlich jetzt in der Runde nicht viel bewegt, weil ich eigentlich dachte jetzt, dass ich ein bisschen hier, ne? Dass ich mal herlocken kann. Oh, Bibi. Ich hör immer nur die Hühnchen. Ich lass Bibi sogar in der Her. Hühnchen hab ich nicht. Okay, kann man auch machen. Oh, die Melone macht sich stattklar. Hau das Ei um. Das flogen Käse. Ich war ein Rat. Ich bin wortwörtlich durch die Gegend gerollt. Nein, es ist ja erst mal hier. Hallo, Al. Okay. Ja, Bibi, was war denn los? Nachdem du das Ei so beballert hast, hab ich gedacht, das wäre jetzt total smart, wenn ich mich jetzt in dieses Ei verwandle. Weil du das bestimmt nicht mehr anschießen wirst. Du bist dann nie wieder zurückgekommen, ey. Du bist ein alter Stinker. Oh, was nehmen wir denn? Ah, nee, nicht die Twisted House Mode. Das war kacke. Die war richtig kacke. Die war so twisted. Die war richtig twisted. Twisted. Jetzt hör mal, glaub ich, ist das... Nee, das ist was anderes. Sicher? Das ist die Wüste. Ja. Das ist genauso kacke. Das ist genauso kacke. War die Wüste nicht auch twisted? Nee. Ja, ich hab jetzt ein... Ah, keine Ahnung. Ich hab noch keines gesehen. Ich war ein Ei. Das war eine Tomate. Okay. Nee. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Was ist hier los? Ich bin der Kartoffelmann. Ich bin der Kartoffelmann. Den kannst du nur. Ich bin der Kartoffelmann. Der Mann, der Kartoffeln machen kann. Ich hab Kartoffeln an. Stopp. Hm? Attacke. Hallo. Hallo. Der Kartoffelmann ist unterwegs. Der Kartoffelmann. Macht euch bereit. Jawohl, ja. Mal Kämmer voran. Das Sound erinnert mich hier so ein bisschen an... Äh, Dingernskirchen. Wie heißt... Äh, wie hieß das... Wie hieß das Moonman-Spiel, was wir gespielt hatten? Forward. Ähm, ja, Forward, genau. Oh Gott. Ob wir auch mal wieder reingucken mussten. Da hast du wohl recht. Wer muss denn überhaupt suchen? Ich bin doch... Ich bin der Kartoffelmann. Ah, du bist der Kartoffelmann. Ich bin der Kartoffelmann. Ich bin nicht Heinz. Du? Hat sich keiner als Wunderlampe versteckt. Was ist der Bubi? Ich bin der Bubi. Bubi. Nur der Käse. Bubi. Das kannst du doch nicht machen. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Au. Seri. Das hat doch weh. Hast du wegen Seri gepupst? Ich habe Seri weggepupst. Hier sind nicht mal Eier. Ich will nicht. So, Seri. Mach dir die Arbeit. Tu was. Belasten, Leute. Das belasten. Was sagst du denn? Oin, 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 oin. Da sind wir flogen. Keine Ahnung. Das ist ja nicht. So was kann man nicht überhören. Das ist mal was dran. Oh mein Gott, da rollt Seri vorbei. Ich habe mich voll schrocken jetzt. Seri, die Donnerkunde. Bumsti, bumsti. Bumsti, bumsti. Was kann man denn hier alles schießen? Ich glaube auch ziemlich vieles. Ich glaube auch. Da kann man nicht rausgehen. Ich sehe dich nicht mal. Ich höre niemanden von euch. Ich habe auch schon mehr Zeiten mehr gesehen. Seri, wir sind hier falsch. Du hast mich in die falsche Ecke gelockt hier, Seri. Du bist abseits von allen anderen gewesen. Garantiert. Ja, da müssen wir woanders hin, glaube ich. Wahrscheinlich hängen wir in drei unterschiedlichen Ecken. Ich würde dich gar nicht wundern. Seri, das ist so ein Saustell, da kommt kein Sau durch mehr. Ich glaube, dass der Sinn der Sache ist. Mach dir das, zerlegt dir da gerade alles. Was ist denn nicht? Wahrscheinlich. Scheiße, da geht es ja gar nicht weiter. Wo sind denn die schon wieder? Ich fühle mich hier gerade ganz muckelig. Ich kann das sehen. Ich habe gefühlt schon alles einmal angeschossen. Echt? Sicher? Ich fühle mich schon. Also mich ist doch noch nicht angeschossen. Lasst uns frohe und munter sein. Ich bin der Kartoffelschafschätze. Oh mein Gott. In meinem Gang ist noch gar nichts angeballert. Hä? Gibt es da hier versteckte Gänge, oder was? Wieso, was gibt es auch? Wahrscheinlich. Oh, Scheiße. Aha. Wie, aha. Wohl noch jemanden. Wiss ich doch gar nicht. Da war ich doch auch schon. Hm. Ich sehe, wenn du sagst, aha, dann... Aha. Bleiben sie stehen. Ich will dich noch. Jawohl. Ich will dich noch. Ah, nein. Wuppi, Wuppi. Ich gucke gar nichts mehr ab. Du hast mich vom Turm runter geknickt und dann hast du mich aus den Augen verloren. Ja. Wie? Also das hast du okay. Achso, wenn du das Fernglas warst. Ja, genau. War das Fernglas. Aha. Da hast du es im Blick. Ich war ein Rubin. Hast du den Augen verlieren? Ich bin zu langsam beim Voten. Entschuldigung. Select your look. Ich habe alles hier Standard noch. Also dieses Saugapparat, der ist doof. Ja, der ist... Stimmt. Der ist echt. Ein bisschen für den Hintern, ja. Ich bin ein Rettich. Ein Rettich? Ja. Ich bin der Rettich. Der einzigartige Rettich. Der einzigartige. Jawohl, ja. So. Lasst uns froh und Rettich sein. Ich bin schon wieder Kartoffel-Heinz. Wollt ihr mich verarschen? Mein Kartoffel-Schirr. Ihr kannst... Kartoffel-Schirr. Gar, das Torsch. Kartoffel-Heinz. Attacke. Sagt euch. Attacke. Ich spieße euch jetzt auf, ja. Woche. Attacke. Attacke. Aber so richtig. Das war die Map, die so riesengroß war, glaube ich, ne? Ja. Was war denn das jetzt? Ja. Hund. Mich verruf findet niemand. Also, hoffentlich. Sagt das nicht. Blind, wo ist er? Der guckt noch. Der muss ihn noch ein bisschen angucken hier. Von... ...em bösen Fisch hier mal wegholen. Dann bin ich da hergekommen, ja. Von... ...ollen stinkigen Fischis. Ja. Keiner mag Fischi. Nee. Doch, eigentlich schon. Doch, keine Stinkdien. Keine stinker Dinger. Ich mach meinen Fisch am liebsten in den Stäbchen fahren. Da gibt's so viele Gegenschneid. In der leckeren Panade drumrum, oder was? Ja. Wow, das hat super geklappt. Das sind eigentlich diese... ...die Flächen, die im Gegend... ...zwischen mit dem gezeigt werden. Was? Das Plus ist... Das Plus ist, wenn nur angeschossen wurde und Leben regenerieren muss. Ja, das meine ich nicht. Ich meine diese anderen... ...sie sind doch so Wellenstärmige... Hey, 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 hey. In your face. Aber richtig wer gesniped, hey. Serie, du hast... ...du hast kein gutes Händchen, was Verstecke angeht hier. Schließ dich gleich ab. Finde ich auch viel besser. Geht mal aufeinander los. Genau. Für Krieg darf ich geben, so. Ich weiß ja nicht. Wie viele... Wie viele mögliche Gegenstände gibt's denn hier, bitte? Weiß nicht. Ja. Alter, der Serie, der donnert da wieder, denkst du. Ja, hier unten fällt alles zusammen, ey. Wenn der da oben rum donnert. Ja, egal. Das macht alles kaputt. Irgend so bummsi. Wie mir funktioniert der Body Slam gar nicht. Bin ich überhaupt nicht zufrieden damit. Ich überlege, wie Elias da rumgehüpft ist. Ja, ich kann auch nicht alles. Ich will doch ja auch gar nichts in der Tolles können. Gar nichts ist vielleicht ein bisschen doof. Blom. Blom, blom. Serie, anstrengen. Ich höre Sven. Wie? Ich höre nix. Wie kannst du Serie und mich auseinanderhalten? Weil's Plom gemacht hat, als du Plom gesagt hast in meiner Nähe. Nur Serie ist, glaub ich, der, der hier durch die Gegend knallt. Der Serie ist eben an mir vorbeigekullert. Da rutschen die Fässer. Da rutschen die Fässer. Was sind denn das? Was sind denn die? Nicht mehr. Da. Wir sind ausgewandert. Glaub euch das nicht. Ja, ich merke das schon hier. Irgendwie ist bestimmt so eine faule Banane hier oder sowas. Eine alte Stinkekröte. Oh, scheiße. Die Zeit, die läuft. Stellt euch mal an hier. Sie läuft gegen euch. Ja, so viel dazu, Digga. So ein Ding ist das nämlich. Die letzte, Mann. Das ist dreist. Oh, scheiße. Das war's. Da hatte gerade einer. Hm, herrlich. Ja, die Map ist aber wirklich... Ah. Ein Marmarinchen. Ja, ich bin weiter gelaufen als du. Ja, du bist mal ne Gruld. Ich muss sagen, Kiri, rumsibumsibumsi. Oh, guck mal, wir haben halt sieben. Nice. Geht schnell. Ja. Okay, was haben wir jetzt hier? Ach, ich bin immer zu langsam beim Voten, gell? Glaubst du das? Die Arthritis-Finger. Die Arthritis-Finger. Das ist halt echt so, Mann. Oh, schön. Hat Hacke. Nee, ich darf nicht mehr verstecken. Ich bin Kartoffel, Mann. Kartoffel-Frau. Doppel-Rochy. Ja. Ja, Frau. So. Boah, bestes Versteck. Nee, ich habe das beste Versteck. Ich war einfach so, als wäre ich. Rochy. Wer ist denn hier die Flasche? Leer. Eine leere Flasche. Warte mal, du bist die leere Flasche und hast gesagt, du tust, als wärst du Rochy? Das ist schon frech. Ich bin nicht die Flasche. Ach so. Das wäre schon ganz schön frech, du. Eine leere Flasche. Hallo. So. Ah, da ist ja schon jemand. Der Kartoffel-Heinz ist da. Er betritt die Bühne. Hans für uns. Sing uns ein Lied. Kartoffel-Mann. Hand im Pflück. Nicht, nicht, nein, doch nicht die Kerzen umschmeißen. Nein, nein, nein. Nimm. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nimm doch Platz, da ist noch Popcorn da. Kannst du essen. Nicht hinter die Bühne gehen. Komm bitte, komm bitte, bitte vor. Kommen Sie bitte, bitte vor. Das geht so nicht. Der Kartoffel-Mann ist langweilig. Oh. Halt, stopp. Oh. Oh. Was macht Kartoffel-Mann? Üh. Haha. Üh. Das war eine Kartoffel-Frau. Jetzt bin ich zu zweit. Oh ja. Möchtest du noch mal die Bühne betreten? Eine Bühne. Ein wenig Bühnen-Show. Ah ja. Da kommt die andere Kartoffel-Frau. Hey. Moment. Belastet, Leute. Hast du gerade was angehauen? Ja, hier. Ja, hier. Doch. Der ist irgendwo über dir wahrscheinlich. Hey. Hier. Hier. Da. Da. Aua. Der Kürbis. Ein frecher kleiner Kürbis. Ei, warum snipet ihr mich da weg? Ich habe das perfekte Versteck gehabt. Wie Bupi. Na ja, jetzt habe ich noch ein besseres Versteck. So ein Ding ist das nämlich. In der Not herausgeboren. Auf die tiefsten auserkoren. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich hier wieder... Das ist ja mal vorbeigeflogen. Das ist aber belastend. Ja, ne? Ja. Ich habe halt legit eigentlich das beste Versteck ever. Da würde mich niemand finden. Weißt du? Ich bin mir sicher. Aber du siehst auch nichts, oder was? Ich sehe recht... Also... Hä? Wohl... Oh! Was ist das? Wer wird da umgeschossen? Weiß ich nicht. Ich sehe nichts. Niemand. Niemand genauso. Tu mal das Hühnchen weg. Hey! Tu mal das Hühnchen weg. Da fliechen die Kartoffeln durch die Kichnen. Wobei ich fühle mich, glaube ich, trotz Hühnchen sicher. Ich höre die nicht mal. Habt ihr die überhaupt rausgeballert? Ja, ja. Seri! Tu das, Note! Seri! Überleb! Bleib eine Hexe! Ja! Wenn ich mich irgendwo heilen könnte, ey! Bleib ein Fisch! Was? Werde ein Fisch! Denke wie ein Fisch! Wo ist es denn jetzt hin? Klub! Oh, da habe ich Kartoffeln aufgeschlagen gesehen. Oh, da ist Heilung! Oh mein Gott! Die Heilung! Wuppi, Wuppi! Hey! Kartoffel 1! Scheiße! Mir geht zu schnell die Kartoffelkraft aus. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist echt, das ist ätzend, ist das. Kartoffelkraft! Da hat man endlich mal einen gefunden, dann kann man nicht mehr schießen! Man muss ja ein bisschen die Kraft aufheben. Er hat dann auf den Stuhl geschossen. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, das war's wieder für die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Like, Daumen, das sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dahin, haut rein! Bye-bye! Doodoo! Doodoo!